Hey, noch vier Türchen bis zu Weihnachten. Ich stehe gerade in Nimmwegen in der Uni in der alten Sternwarte bei dem alten Teleskop, mit dem der Sternenhimmel viel näher kommt. Aber trotzdem sind die Sterne und der Himmel doch so unendlich weit weg. Und das Besondere an Weihnachten ist doch, dass Gott uns ganz nahe kommt und wir vielleicht auch den anderen Menschen die Sterne sind in unserem Leben. Ich wünsche euch, dass auch bei euch ein paar Türen aufgehen, dass uns Menschen nahe kommen und dass Gott uns nahe kommt. Frohe Weihnachten.